auf ein neues gutes glück letzte runde cyborgs diese runde hoffentlich weniger ja alle hopp noch mal leben okay scheinbar war das so geplant dass ich die ganze zeit rumhutfe aber ich bin so schlau und bin nicht auf die idee gekommen aber hey immerhin wo ein wille ist da ist auch ein weg und der weg kann aber sehr lustig aussehen bzw sehr gewöhnungsbedürftig ich habe keine ahnung was ich hier labere ich versuche einfach intelligenz zu wirken schutzschilder alter ich bin fast reingefallen okay ich muss dahin scheinbar aber ich möchte noch dahin scheinbar muss ich wirklich die ganze zeit rumhüpfen und so okay naja stimmt ja sprinten kann ich kann nur so und die habe ich scheinbar erledigt okay cool ach so dass munition da habe ich hier von voll stellt euch mal vor sony kette macht geschwindigkeit alter das wäre doch krass oder ich stehe direkt vor deiner nase oder bist du kurzsichtig in new challenge der hat es abiert es wurde schon ich habe ich nicht gesehen Hä, was war das denn? Du oder ich? Nein! Hau ab! Nein! Niemals! Okay, das sagt fast so aus, als hätte er... Oh, ich habe ihn gekopft! Ich wollte gerade sagen, als hätte er mich, ja, geköpft oder getötet. Okay, das waren die Herrschaften. Jetzt kommen die Herrschaften, was sind das? Das sind... Das sind Machtanwender? Ja... Nein, das... oder? Ach, keine Ahnung. So, gleiche Taktiken wie sonst auch. Alles klar. Okay, das war der. Und das war der. Okay, der steckt... Auch wieder mal einfach nur... Oh, Moment! Ich kann ja runter. Nice! Okay, der hatte Glück, dass... aus irgendeinem Grund hier in der Plattform steht. Einfach so random... Äh, random. Ja, äh, irgendwo an der Ecke. Ja. Die Macht hat komische Wege. Die sind verhaftet. Nein, wer hat das... Wer hat das was? Keine Ahnung. Du? Oho, ich trifft mich nicht, ich trifft mich nicht. Oho,chodier. ja noch jemand nein nein okay er ist dahinter wer ist da oben ich bin nie weggegangen so ein bisschen mehr abwechslung ich dachte schon gerade der toide schießt auf mich was nehmen wir denn mal ach warum nicht das war die falsche waffe so cool gewesen hätte ich hätte ich sofort die richtigen waffe rausgeholt aber okay und bei der hand ich habe ich nicht gesehen ich zerstöre alles ich treffe jeden wird auf den den ich eigentlich will ach da hat auch ein doppel licht schwärm ist das ist eine bei diesen okay ich wollte schon sagen ja diesen etwas heftiger wo kam der plötzlich her ach schau mal da ist jetzt weiß ich warum die offiziere alle schwarz gekleidet sind damit man die schlechte sie alles klar du hast hier zeug dass ich anstelle der macht hinterlegen können und ein schutzschutz das war das ging zum aufnehmen wie hoch muss ich eigentlich noch weiter ist schon eine halbe welt reise hier mit dem level so da ist nichts weiter da ist was kommt mit deine ferse was machst du für zeug immer warte mal was moment mal ich glaube ich habe gerade einen coolen trick gefunden moment also was war das gerade warum hast du warum hat er diese diese sprünge oder so gemacht keine ahnung attacke na los auf mich stirbt alle auf mich na los los gibt mir keine chance zum durchatmen vor allem du da unsichtbarer du was ist das ich habe keine ahnung eine map von der map und ich bin jetzt da ok gab es das schon vorher die ganze zeit und da war ich nur die ganze zeit zu blöd oder zu blind das zu sehen ha hua ja 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 wer auch immer so ein schutzschild generator ding da hinstellt Leute wie lange kann ich denn nein ich wollte daumen man danke das nehme ich mal man ich wollte ich wollte die macht entsetzen man aber gut immerhin etwas weiter hoch nehme ich an was wollte ich denn das wollte ich ne dein churkusartist von nebenan hey da wollte mir eine taugen nein alter oh lol ich dachte schon alter sag mal meinst du ich sehe dich nicht junge sag mal wie viele seid ihr denn ok ich weiß zwar gerade nicht was das für ein kopfsprung war aber hey es funktioniert wie viele seid ihr hier eigentlich noch ok danke für die ehrlichkeit so nicht zu leise reden sonst hört man mich nicht ok sieht man die nie ok ach hey ich habe den anakin style gemacht das war interessant ich glaube den habe ich zu sauer aus der reserve oder so gelockt keine ahnung dann bist du ja noch da ne nein spartanakick 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 nein oh mein gott ja da hättest du gelacht ne ach da kann auftreten nein jawoll haha wollte der noch mich köpfen scheinbar oder mich mitnehmen wohl eher aber nein 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 warte mal die macht das auf meiner seite na gut eigentlich ist die macht neutral aber hey doch nicht blöd hier ist doch bestimmt jemand nein kontrollpunkt oh ach ja ich bin ja wegen roche hier stimmt ja da habe ich die ganze gegessen ach du ich bin klar ich glaube wirklich du schicht mit wieso glaubst du dass er gerne werden will naja ok Tavion hat ihn zur dunklen seite geführt einfach so wo ist er oh wird da jemand ein kleines bisschen wütend vergisst du denn je die training alora warum dienst du Tavion es ist nicht zu spät die seite zu wechseln und sie zu bekämpfen woher weiß ich wie sie heißt ich bringe roche hier raus mach dir das leben leicht und sag mir wo er ist oh er ist hier irgendwo ich sollte mal nach ihm sehen wow ja die sagt niedlich zu mir obwohl sie diejenige war die auf mich geschossen hat mit einem blaster ok no you unuka ist hier was nein ist da was nein interessant die decke ist beschädigt aber die pfeiler unter der decke nicht hm was ist das aktiviert das ein tödliches schutzschild wenn ich durchgehe nein ok was ist das überhaupt wo nicht zwischen sequenz scheinbar ich finde die hand tut alles klar mädels das ging schnell ja ja in der ecke bringst du viel ich habe das getan so munition nachladen und dann scannen ok da oben stand jemand ich vermute mal boss oder miniboss eins von beiden ach sie ist das möchte ich rein kicken ins feuer nein natürlich man kommt drauf an wie gut ich dich ins feuer schmeißen kann genauso auch das war knapp nein was machst du denn nein man ja ich habe ihn noch reingekickt nein habe ich nicht okay kann ich nein boah was hat was hat denn sein körper finde resistenz interessant ich wusste gar nicht dass das nicht ausgeht wohin dahin nein vermutlich moment komme ich von da oder von da von da scheinbar ok nein aber ich habe volle munition deswegen ok und noch ein paar stuhl hoch es gibt ich dachte es geht hoch was ist das ok findest du das ist ja interessant das ist ja interessant stücke geschnitten hey halb an junge was auch näher ich jetzt war ja die wir sind wie süß dass du du darfst auf mich ist ja ja du bist nicht ich weiß ok hör auf kann ich das nicht über doch kann ich man äh äh klingt schnell ey ich hatte zufällig die richtige taste zufällig ich war das und ich ja moment ja war das ich war das was war das ich war das ja eine antwort auf zwei fragen ja 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 terion halli hallo wie geht es denn so ich wollte ich nicht ja hallo ich will die reinkicken ich nein man ach ja nein ja ok so geht es auch ok rein kicken geht nicht dann lass ich es über ich ... ... ... ... ... ... ... alles entverstanden das ging schnell da hat er die ganze zeit noch gelebt warum bin ich da so langsam hey sag bloß du bist irgend so ein meister im wasserkampf oder so na also geht doch und nochmal nachträglich den arm abgehackt warum auch nicht so hier oben ist nix im land kein keine sequels keine sequels ja der kampf ist manchmal ein glücksspiel äh okay ich habe ein komisches gefühl so ein seltsames äh ja schleichendes gefühl und scheinbar muss ich hoch bitte ist hier irgendwo eine falle oder so oder ich muss auf toilette eins und weite hier oben was neun hä da muss ich hoch glaube ich oder ja warum auch nicht rückwärts hochfliegen sind alle jedi so schwach wie rosh oder nur katans persönliche freunde ein schwarzer siv bist du okay sind zwei na gut oh oh mein gott echt jetzt okay das war ich an an lana 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 ich die blitze was muss ich wieder warten er mit 25 minuten schon mache ich weiter dann mache ich nicht weiter ist gerade so spannend hier ich glaube ich habe das selber fast beendet ich glaube da kann ich auch einfach weitermachen so special folge länger als nein das kann austreten warum auch nicht gut gibt es hier was für mich nein nur funky geräusch ist das bombe da geht es nicht weiter da geht es nicht weiter da ist die war ganz leicht kontrollpunkt oh mein gott alter echt jetzt okay jetzt war das spiel schuld nein der dorf hat man alter nein nein warum wird er nicht runterfallen okay das war jetzt meine schuld warum wird er nicht runterfallen man und bekannst du energie das bringt mich auf die idee ach so fällt darunter ja warum nicht gleich so okay jetzt wenn sie bescheid vielleicht öfter die blitze nutzen eine rakete auch so eng im raum ist keine gute idee junge ja gut da lebt er immer noch und ist zu preis nichts okay ist er echt tot okay das war scheinbar zu viel da ladung der positiven energie ist das hier irgend so ein end level oder so ich weiß nicht mehr es ist echt lange her da geht es nicht weiter was ist das nichts da geht es nicht weiter ach hier bin ich jetzt okay rennen nein weiter nein das sollte ich weiter nicht sagen ein jedi ich bin nicht hier rei oder wie die heiß was 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 ok das ging jetzt schnell was war das denn gerade wow wie ich einfach nicht treffe ich einfach wirklich nicht treffen jetzt habe ich getroffen noch sogar getreten sehr cool so muss das ablaufen ach ja jetzt hat er noch jemand hey nein mann mann das nicht geschafft und wie ich dich stocken kann du hast kein nicht schott du düdel staros logik manchmal sind noch jemanden eigentlich oben gibt es was da gibt es welche ok alles klar hallo warum hüpft er ja dass ich auch gerate ok die blüste sind echt unterbewertet bei mir ich muss die öfter einsetzen vielleicht wirklich pause machen oder wir folgen ende ich weiß jetzt nicht wie lange das jetzt auch dauert es sind schon 32 Minuten gut wenn man an das muss ich betätigen jawoll ok da drinnen nix da sollte ich nicht rein springen da ist nix drinnen nix von interesse 1 2 3 ok endlich wird man wieder die macht geschwind äh äh ist die machtgeschwindigkeit von nöten oh oh noch mal bum bum warum nach zu warum nach da durch die hier in den den die 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 dann die 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 Ja, das kann sein. Äh... Mann! Ich bin nicht saunatauglich, wie es scheint. Muss ich da runter? Ich glaube, ja. Ah, ja, muss ich, okay. Und jetzt? Ich glaube, da runter oder da? Ja, ich muss hier, glaube ich. Nein! Gott verflucht. Ah, ich wollte da hoch. Jetzt weiß ich nicht, was da oben war. Mann! Äh, kann ich da hoch oder töte ich mich selber? Kann ich da runter oder töte ich mich selber? Ah, nice! Nice! Die ist nix! Nice! Was ist das? Was ist das? Nein! Oh mein Gott! Ich... Ich... Meine Intelligenz scheint so weit abzunehmen, dass ich mich fast immer selbst töte. Wohin muss ich überhaupt sein muss ich? Ist da oben was? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. So, vorsichtig. Da oben ist nix. Da oben ist nix. Hurra! Ah, ja. Da oben ist auch nix. So. Waaah. Geht auch schnell. 40 Minuten, das wird eine echt lange vollgelassen, ne? Was war das? Ah! 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 Nix! Okay, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier doch lieber ein Folgenpäuschen. Das wird sonst mutig so lange. Also, bis bald!